Jo, peace meine Freunde, euer Insane Rex am Start heute mit einem Black Ops 3 Gameplay im Hintergrund und ich zeig mir mal dahin, weil da der Monitor ist, das wird mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter passieren. Und ja, der einzige Unterschied ist, ich rede jetzt mal heute auch über das Spiel, dass es allerdings ein PC-Gameplay, das habe ich noch nicht ganz so oft auf YouTube gesehen und ich bin einer von diesen Nischenspielern, also nicht wundern, ich spiele noch auf diesem Computer mit Maus und Tastatur. So, ich möchte heute über das Spiel reden und am Anfang war er relativ getrübt, ich wollte abends, als das Spiel um 1 Uhr dann endlich free war zum Downloaden, wollte ich das Ganze dann anzocken und gleich natürlich twitchen, äh twitchen, das klingt auch schwul, auf Twitch streamen und hatte natürlich übel die Probleme, weil es nur geruckelt hat. Ähm, wenn ich OBS ausgemacht habe, lief das Spiel wunderbar, das heißt, das liegt halt einfach an Twitch, beziehungsweise in dem Fall, wo ich das Gameplay aufgenommen habe, habe ich mit, ähm, mit Dxtry aufgenommen und da hat es auch geruckelt wie Sau. Und dementsprechend wundert euch nicht, dass einige Male, dass ich da übel am Freilen bin, einfach, äh, weil das mit der Aufnahme noch nicht so ganz rund läuft. Ja, äh, Kinomodus fehlt halt leider noch. Was kann ich zum Spiel sagen? Es macht mir verdammt viel Spaß. Ich liebe dieses Rumgejumpe, ich liebe das Schnelle, ähm, ich liebe die Waffen nicht ganz so sehr, weil ich finde, da ist keine Waffe, wo ich jetzt sage, wow, ich könnte euch sagen, wie die heißt. Da ist nichts, was Wiedererkennungswert hat, und so leid es mir tut. Ähm, das finde ich ja relativ schade, weil es halt alle eben so futuristische Dinger sind. Da hätten sie vielleicht, äh, weiß ich nicht, Anlehnungen an M4 und, und, und machen sollen. Ich persönlich finde die Waffen, die sehen alle hässlich aus, alle gleich aus. Und die hören sich alle gleich an, also ist meine Meinung dazu. Ähm, ansonsten aber trotzdem, wie gesagt, das Spiel macht Spaß. Ich mag das Futuristische an sich schon. Ähm, ja auch, man sieht gleich, wie der, ähm, man sieht jetzt gerade, wie der, 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 der Package, das Package reinfliegt, wie das dann so runterkommt und mit den Düsen und so. Und so, finde ich ganz geil, finde ich ganz gut gemacht, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das Spiel macht super Spaß, es ist absolut spielbar, ähm, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist absolut OP. Ich meine, klar, dieser, dieser Witzelscheiß da hier, diese, die, 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 die Raketen, die vom Himmel kommen, die sollen ja noch relativ OP sein. Mein Gott, finde ich jetzt nicht ganz so tragisch. Ich bin da jetzt nicht so oft durchgestorben. Ich habe mittlerweile einen kleinen Trick entwickelt, wie ich da nicht unbedingt draufgehe. Und ansonsten die Spezialisten, um einfach mal so Stück für Stück abzuarbeiten. Die Spezialisten, äh, waren ja auch was, äh, wo sich viele Leute, wo viele Leute gesagt haben, äh, da freuen mich nicht ganz so drauf. Ich finde es super geil, mir macht das Spaß. Ich finde, dass, äh, die Typen mit seinem, also ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt, ne. Also, ihr dürft nicht denken, dass ich Ahnung habe, wie ich, äh, wie ich, äh, ein ganzes Streaks rausballere. Ähm, dieser Spezialisten mit seinen beiden, äh, stacheln hier in den Bogenram, finde ich ganz geil. Ich finde dieses, dass man in der Zeit zogen kann. Ich finde, das ist alles echt gut gelungen. Und wenn da, können die wirklich was draus machen. Das wird auch das Spiel sein, was ich mir kaufe. Das wird ein sehr, sehr teurer Monat für mich. Ah, weil da wird das rauskommen, Battlefront und, und, und. Man hat gerade im Hintergrund gesehen, ich habe diese Spezialisten-Scheiße eingesetzt. Hier ein kleiner Warlord. Also, das Spiel ist, finde ich persönlich, sehr, sehr stimmig. Es sind sehr kleine Maps, es sind schnelle Maps, ähm, es sind viele Laufwege. Man kann ziemlich viel rumjumpen, auf Dinge raufjumpen, an vielen Wänden laufen. Also, alles das, wovor ich Angst habe, oder was vielleicht scheiße wird, ist tatsächlich richtig, richtig gut geworden. Ich gebe eine klare Kauf- und Filme nach dieser Beta aus. Ohne Scheiße. Ich werde das auch weiter zocken. Ich werde am Wochenende vielleicht nochmal streamen am Samstag. Ähm, ich muss aber sonntags wieder arbeiten, dementsprechend, ähm, ne. Und ich kann absolut eine klare Kauf- und Filme. Ich bin, äh, auf den November gespannt. Da habe ich auch Geburtstag. Dürfte es mir auch giften, theoretisch. Ähm, nein, Spaß. Also, ich werde mir das auf jeden Fall holen. Ähm, im November kommt ja noch Battlefront, Need for Speed, Trackmania kommt ein neues, ähm, Hitman kommt raus. Also, das weiß ich nicht, ob das im November rauskommt, aber Hitman werde ich mir auch holen. Also, das wird der teuerste, und da kann ich mir eigentlich auch ein kleines Eigenheim von kaufen, von den Spielen, die ich mir da holen muss. Dementsprechend muss ich mal schauen, aber das wird auf jeden Fall vorgestellt. Da werden auch alle DLCs für geholt, da werdet ihr Gameplays ohne Ende sehen. Aber da könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall die Ohren waschen und die Schlüpper reinigen. Ähm, ja, das wäre soweit mein Fazit gewesen. Ich finde es einfach geil, ich bin überzeugt von der ganzen Veta, ich hab meinen Spaß, es macht mir Spaß, hier mit den Leuten zu zocken. Leute, die das Spiel tatsächlich nicht gespielt haben, die waren noch im Stream dabei, die keine Call of Duty also spielen, haben es gespielt und haben gesagt, wow, das gefällt mir erst mal Spaß. Und das ist doch eigentlich ein relativ gutes Zeichen, würde ich behaupten. Ähm, dementsprechend hoffe ich dann auch, dass man wieder die alten Leute, Stormy, Kalle, Maverick, Maverick vielleicht nicht, aber Kalle, Kalle hoffe ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nur für die ganz alten Leute, die noch meinen Kanal von vor drei Jahren kennen. Ähm, dass man mit denen mal wieder Searchless Troll spielt oder taktisch und, 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 das macht tierisch Spaß und bevor ich jetzt hier noch 30 Mal sage, dass es tierisch Spaß macht, natürlich kann ich kritisch in Sack spielen jetzt, ich soll jetzt langsam aufhören mit dem Schlagen. Ähm, ja, 40.000 in kleinen Schein haben wir sagen. Ähm, ja, würde ich sagen, damit bin ich soweit raus, jetzt noch nicht ganz abschreiben und zwar, ihr könnt mir mal folgen auf, ach komm, verpissst euch, das hört sich sowieso keine Sorgen an, aber es wäre ganz nett, wenn ihr mir zumindest, wichtig wäre mir wirklich Twitch, wobei das ist, eigentlich ist mir nur wichtig Instagram, weil ich liebe Instagram. Also folgt mir mal auf Instagram, ich heiße da Insane Wax, ich hab den Namen auch mal in die Beschreibung gepackt, ähm, ich hab so ein Bild mit Moten da drin. Ähm, folgt mir einfach, folgt mir, verfickt mir mal auf Instagram, nur Instagram, alles andere ist mir scheißegal, Facebook vielleicht auch noch, aber Instagram ist wirklich wichtig. Ähm, ansonsten gibt es demnächst auch mehr mit meinem Vib, weil ich hab das Gefühl mit meinem Vib, das kommt immer gut an. Es hat irgendwie Instant Aufrufe, ja, ich lade das Video, das Video hab ich hochgeladen und wenn du es dir jetzt gerade anguckst, ist das Video schon, ich sage mal, zwei Stunden auf, auf YouTube. Ich gebe eine Wette drauf, zwei Stunden ist das Video auf YouTube, wenn du es schaust und das Scheiß-Video hat 33 Aufruf vor, also noch 35, ja, aber hätte ich ein Video mit meiner Freundin drin und tippen, ja, 100 Aufrufe, locker nach zwei Stunden, das kann nicht sein. Wobei meine Aufrufzahlen sowieso total komisch sind, ich hab, äh, 2000, wie viele Abos hab ich, 2000, 2000, 2000, 2000, hab ich 2000, 2000, 2000, ich weiß gar nicht, 1000, 1000, 1000, 6000, 2000, wie viele Abos hab ich? Ich hab sau viele Abos, aber nur sau wenig Aufrufe, also ein geiler Channel läuft auf jeden Fall, scheißegal, ich mach das für die Leute, die zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß, hau rein, peace out bei Intang Wax und ich sage nochmal, peace out, ciao raus und bis bald. Das war Insane Wax, morgen geht's weiter, wenn's euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da, abonniert, hier wird keiner enttäuscht, Games, Retalk, Blogs und Shows, Erlebnisse meines Lebens, die ich mit euch teile, ob Abenteuer, lustig oder pure Langeweile, alles geht hier mit, denn ihr seid meine Homies, zusammen an die Spitze, komm, drückt mir die Daumen. Insane Wax ist super geil, ich liebe euch. Ich liebe dich und deine ganzen Videos, die du machst.